Der Krieg in der Ukraine befindet sich gerade wahrscheinlich in seiner blutigsten Phase und wenn wir ehrlich sind, dann sieht es nicht so aus, als ob in absehbarer Zeit eine der beiden Seiten den Sieg nach Hause bringen würde. Und deswegen werden die Stimmen immer lauter aus verschiedenen Lagern, die die Frage stellen, ist es jetzt nicht an der Zeit, langsam mal mit Verhandlungen zu beginnen? Ist es nicht an der Zeit, mit Wladimir Putin über ein Ende des Krieges zu verhandeln? Und da fällt auch ganz häufig der Satz, dass Kriege nur am Verhandlungstisch beendet werden. Und im heutigen Video wollen wir mal dieser Frage nachgehen. Ist es an der Zeit, mit Wladimir Putin über ein Ende des Krieges zu verhandeln? Und wie ist eigentlich die Situation im Krieg gerade? Und was hat es mit diesem Satz auf sich, dass Kriege nur am Verhandlungstisch beendet werden? Und um der ganzen Thematik mal nachzugehen, wollen wir uns erstmal anschauen, wie gerade die Situation in der Ukraine ist. Wie sieht es denn aus nach zweieinhalb Jahren der Kämpfe in der Ukraine? Und da sehen wir vor allem im Osten des Landes eine Mischung aus Stillstand und Bewegung. Also im Großen und Ganzen hat sich im Jahr 2024 tatsächlich nicht so viel verändert bisher. Zumindest wenn wir auf die Landkarte schauen. Russland rückt vor im Osten der Ukraine, im Donbass, allerdings recht langsam. In den ganzen ersten Monaten des Jahres 2024 waren das nur wenige 100 Quadratkilometer. Also keine wirklich große Fläche, wenn man es mit der Gesamtheit der Ukraine vergleicht. Allerdings sollte man sich davon nicht zu sehr täuschen lassen. Denn gerade jetzt, also im September 2024, wird der Druck auf eine wichtige Stadt groß und immer größer. Auf die Stadt Pokrovsk. Die liegt auch im Donbass und zwar sehr strategisch wichtig. Durch Pokrovsk läuft eine sehr, sehr wichtige Straße, die die Ukrainer dazu verwenden, andere, noch größere und eigentlich wichtigere Städte zu versorgen. Unter anderem Kramatorsk. Und nun ist die Befürchtung, dass wenn Pokrovsk fallen würde, also an die Russen fallen würde, dass dann die ganze Logistik der Ukrainer, die Versorgung und so weiter, dass die sehr, sehr schwierig werden könnte. Und das wäre eben ein Horrorszenario für die Ukraine, dass dann letztendlich Städte wie Kramatorsk oder auch kleinere Städte wie Konstantinivka und so weiter, dass die dann letztendlich an Russland fallen und so zumindest dieses Gebiet, das man als Donbass bezeichnet, von Russland erobert werden könnte. Das sind jetzt aber Spekulationen. Momentan hat Russland diese Stadt noch nicht eingenommen, aber der Druck wird größer. Gleichzeitig haben wir aber auch die Situation, dass die Ukraine ihrerseits in Russland einmarschiert ist und dort gerade in der Region um Kursk Gelände gewinnen konnte. Und zwar gar nicht mal so kleine Geländeabschnitte. Da ist die Rede von so 1.000, 1.200 Quadratkilometern, wenn man jetzt noch Gebiete dazu zählt, die hinter einem strategisch wichtigen Fluss liegen, wo die Ukraine immer wieder die Brücken bombardiert hat, dann wird das noch größer. Aber wenn wir ehrlich sind, auch keine bedeutenden Städte in diesem von der Ukraine eroberten Territorium. Wir haben also einmal das Vorrücken der Russen, allerdings das sehr, sehr langsame und sehr, sehr verlustreiche Vorrücken der Russen im Donbass. Und auf der anderen Seite die Eroberung von Teilen Russlands durch die Ukraine. Wir können uns jetzt auch noch kurz anschauen, was das für die beiden kriegsführenden Parteien bedeutet. Die Ukraine war im Jahr 2024 und ist immer noch, mit Ausnahme dieser Region, um Kursk in Russland in der Defensive. Die Ukraine hat sich für das Jahr 2024 vorgenommen, zu verteidigen, nicht zu versuchen, in die Offensive zu gehen und Gebiete in der Ukraine zurückzuerobern, sondern wirklich zu versuchen, den Russen, die in der Offensive sind, so viele Verluste wie möglich zuzufügen. Das habe ich schon oft gesagt. Das ist per se nichts Ungewöhnliches, dass sich eine Seite eben so darauf konzentriert, in die Defensive zu gehen und sich dann darauf vorzubereiten, in der nächsten Phase des Krieges wieder in die Offensive zu gehen. Das war auch der erklärte Plan der Ukraine, 2024 defensiv bleiben und dafür die Kräfte sammeln, neue Brigaden aufstellen und bewaffnen und dann im Jahr 2025 wieder versuchen, in die Offensive zu gehen. Das ist jetzt allerdings durch den Druck der Russen und auch durch die mangelnde Unterstützung der westlichen Partner, gerade der USA zeitweise, nicht so aufgegangen, wie sich das die Ukraine vorgestellt hat. Und wir haben stattdessen die Situation, dass teilweise Einheiten, die die Ukraine eigentlich für 2025 vorgesehen hatten, um die Offensive zu schicken, dass die jetzt schon im Einsatz sind. Einfach, weil es nicht anders geht, um einigermaßen die Front aufrecht zu erhalten und natürlich auch im weitesten Sinne dafür zu sorgen, dass so etwas wie diese Eroberung in Russland, in der Region Kursk, überhaupt möglich wurde. Gleichzeitig mit der mangelnden Bewaffnung durch die westlichen Partner. Da habe ich mal ein ganz eigenes Video dazu gemacht, warum der Westen die Ukraine nicht gewinnen lassen will. Schaut es euch mal an, da gehe ich sehr viel mehr auf die möglichen Beweggründe ein. Aber wir sehen, dass zum Beispiel ganze Brigaden, die eigentlich vorgesehen waren von den Ukrainern als mechanisierte, Brigade, also mit Panzern versehen, dass die einfach nicht genug Panzer bekommen haben, um die Verluste, die bisher stattfanden 2024, auszugleichen. Und das führte dazu, dass diese Brigaden, die wie gesagt als mechanisierte Brigaden geplant waren, zu Infanteriebrigaden umgeplant wurden, weil man keine Panzer hatte. Und das ist eben auch eine Realität im Osten der Ukraine und allgemein in der ukrainischen Armee, dass man mit dem planen muss, was man bekommt und dass nicht immer das ist, was gefordert wird. Eigentlich tatsächlich eher relativ selten das ist, was gefordert wird. Auf der anderen Seite sieht es für Russland aber auch nicht nur gut aus. Trotz dieses langsamen Vorrückens muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass das unter massiven Verlusten geschieht. Experten, gerade britische Experten, gehen davon aus, dass Russland zeitweise tausend Mann am Tag verliert. Also Tote und Verwundete. Und das sind natürlich Ausmaße, die wir aus Kriegen in langen, langen Zeit nicht mehr gesehen haben. Wenn man das vergleicht mit dem, was die Amerikaner im Irak oder Afghanistan verloren haben, das ist nicht mal dieselbe Größenordnung, nicht mal dieselbe Liga. Ja, bisher hat es Russland immer wieder geschafft, neue Truppen ins Feld zu führen. Also sei es jetzt durch Söldner, die irgendwo auf der Welt rekrutiert wurden. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Russland holt sich Söldner von überall, aus Asien, aus Afrika, aus Europa, aus Kuba sogar. Also wirklich anderes Thema. Wie gesagt, schaue ich mal das Video dazu an. Bisher hat es also Russland geschafft, immer wieder die Gefallenen, auch wenn es tausend am Tag waren, Gefallene oder Verwundete zu ersetzen. Auch das wird nicht ewig gehen. Auch die Panzer, die Russland verliert in dieser Offensive, auch die werden irgendwann ausgehen. Allerdings sieht es nicht so aus, als ob das in den nächsten Monaten passieren wird. Das kann durchaus noch viele Monate oder sogar ein, zwei Jahre noch so weitergehen. Gleichzeitig hat Russland allerdings auch Probleme, eben durch diesen Einmarsch der Ukrainer. Allerdings nicht so große Probleme, wie sich die Ukraine das vielleicht erhofft hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ganz Russland Kopf steht. Im Gegenteil, in Russland geht das Leben relativ normal weiter, außer natürlich in den betroffenen Gebieten. Die sind allerdings weit genug weg von den wirklichen Zentren der Macht in Moskau und in St. Petersburg, als dass es Wladimir Putin jetzt sehr unter Druck setzen würde. Es gibt Dinge, die ihn da beunruhigen. Unter anderem, dass dort wehrpflichtige Soldaten auch in die Kämpfe verwickelt wurden. Und auch in einer weiteren Entwicklung, dass jetzt womöglich immer mehr westliche Waffen freigegeben werden, damit die Ukraine sie auch gegen Ziele tief in Russland verwenden kann. Die Niederländer sind da praktisch Pioniere und das könnte dazu führen, dass es dann doch auch unangenehmer für Wladimir Putin wird. Jetzt schauen wir uns mal den oft gehörten, oft wiederholten Satz an, dass Kriege nur am Verhandlungstisch beendet werden. Und da muss man sagen, das kommt sehr stark darauf an, was als Verhandlungstisch definiert wird. Wenn wir uns den großen definierenden Krieg des 20. Jahrhunderts anschauen, den Zweiten Weltkrieg, dann sehen wir, dass je nachdem, wie man Verhandlungstisch definiert, diese Aussage falsch oder richtig, aber eigentlich doch falsch ist. Wenn das jetzt verwirrend klingt, ich bringe es als Beispiel. Der Zweite Weltkrieg endete nicht, indem 1941 oder 1942 eine große Konferenz einberufen wurde und die Sowjetunion mit Nazi-Deutschland verhandelt hat oder die Amerikaner mit Japan. Das ist nicht passiert, besonders nicht zu einem Zeitpunkt, als die Achsenmächte, also die Nazis oder die Japaner noch am Gewinnen waren. Die Idee, dass da eine Friedenskonferenz hätte stattfinden können, die diesen Krieg beendet, ist gelinde gesagt naiv. Der Zweite Weltkrieg endete damit, dass sowohl Nazi-Deutschland als auch Japan militärisch besiegt wurden. Und das, was dann an einem, wenn man es so nennen möchte, Verhandlungstisch passierte, das waren bedingungslose Kapitulationen des japanischen Kaiserreichs und der Wehrmacht in Deutschland. Also, wenn eine bedingungslose Kapitulation das ist, was einem vorschwebt, wenn man sagt, am Verhandlungstisch wird das gelöst, dann ja. Dann wurde selbst der Zweite Weltkrieg an einem Verhandlungstisch beendet. Allerdings gab es da nicht viele Verhandlungen, sondern eine bedingungslose Kapitulation, die ihren Namen daher hat, dass die eine Seite keine Bedingungen mehr stellt, sondern eine Kapitulation einreicht, kapituliert in anderen Worten. Also, so viel dazu. Und wenn wir uns jetzt auch noch weitere Beispiele anschauen für Kriege, die gerade nach 1945 geführt wurden, wie etwa vor mehr als 20 Jahren der Einmarsch, der Überfall der Amerikaner und ihrer Verbündeten auf den Irak unter Saddam Hussein, dieser Krieg endete nicht mit Verhandlungen, auch nicht mit einer Kapitulation. Dieser Krieg endete, wenn man sagen möchte, er endete da, damit, dass die Amerikaner einfach in Bagdad einmarschiert sind, militärisch komplett gewonnen hatten und das Land besetzt hatten. Und dann ging natürlich die ganze Gewalt noch los im besetzten Irak. Und dann brach der irakische Bürgerkrieg aus zwischen Schiiten und Sunniten, der islamische Staat und so weiter. Ihr kennt die Geschichte, wenn nicht, kann ich das auch mal en detail in einem eigenen Video erklären. Was hier für uns wichtig ist, ist, der Irakkrieg endete nicht mit irgendwelchen Verhandlungen, sondern damit, dass die Amerikaner letztendlich einfach gewonnen hatten und den Irak besetzt hatten. Deswegen müssen wir diese Aussage, Kriege enden nur durch Verhandlungen, sehr, sehr, sehr skeptisch sehen, um nicht zu sagen, sie komplett ablehnen, weil die Geschichte zeigt, sie ist falsch. Und was uns das jetzt für die Situation in der Ukraine sagt, das ist leider nicht so positiv. Momentan haben wir die Situation, dass Wladimir Putin möglicherweise im Vorteil ist oder sich zumindest im Vorteil sieht. Wir sehen, die russischen Streitkräfte rücken vor, sehr langsam und mit hohen Verlusten, ich muss es immer wieder dazu sagen, aber sie rücken vor. Und Wladimir Putin sind diese Verluste relativ egal, solange er vorrücken kann. Dafür gibt es den Begriff der Meat Wave, also der Fleischwellentaktiken der Russen, dass sie wirklich auch Leute nach vorne schicken, die nicht gut ausgebildet sind, die keine hohe Überlebenschance haben, aber man einfach so viele Leute nach vorne schickt, bis letztendlich der Gegner überwältigt ist. Wer mal Starcraft gespielt hat, das ist der Zerg Rush. Das ist das, was wir in der Ukraine sehen. Und das erklärt auch diese enorm hohen Verlustzahlen der russischen Armee, von bis zu 1000 Mann am Tag. Aber es funktioniert. Russland stößt langsam und langsam vor. Und wenn jetzt eine Stadt wie Pokrovsk fallen würde, von der ich ja schon erzählt habe, dass sie eine hohe strategische Bedeutung hat, dann könnte es natürlich sein, dass es schneller geht und dass auch noch andere Städte erobert werden. Auch wenn das, es wird kein Selbstläufer für die Russen. Selbst wenn Pokrovsk erobert würde und auch das ist etwas, was Wochen, Monate oder länger dauern kann. Wenn wir uns die Schlacht um Bachmut anschauen und die Verlustzahlen, die es da gab, ganz so einfach ist es nicht, Pokrovsk einzunehmen. Das ist eine Stadt, die früher Zehntausende Einwohner hatte. Und die Russen sind noch nicht mal in den Vororten. Das heißt, die Stadt einzunehmen wäre an sich schon mal verlustreich genug. Aber letztendlich, was ich damit sagen will, ist, für Wladimir Putin sieht es gerade so aus, als ob es zwar länger dauert, aber er würde bekommen, was er will. Die Verbündeten der Ukraine sind zögerlich. Wir sind in einer Situation, wo die Ukraine zu wenig Waffen bekommt, eigentlich seit Beginn, und sogar manche Waffen, die sie bekommt, gar nicht einsetzen darf gegen Ziele in Russland selbst. Das ist auch wieder etwas, was eine gewisse Absurdität dieser ganzen Situation zeigt. Ein Land greift das andere Land an und das angegriffene Land bekommt Waffen, darf die aber nicht gegen das andere Land einsetzen, außer im eigenen Land. Also, das sind alles Dinge, die so Signale sind an Wladimir Putin, dass, wenn er lange genug durchhält, dass er am Ende bekommen kann, was er möchte. Dass er, so wie er jetzt gerade kämpft, die komplette Ukraine einnehmen kann, das ist relativ ausgeschlossen. Das würde noch Jahre dauern und wahrscheinlich eine Million oder nochmal eine Million russische Verluste bedeuten, bis sie Kiew eingenommen hätten oder, Gott bewahre, die Westukraine. Aber, was Wladimir Putin erreichen könnte, wie gesagt, wenn Pokrovsk fällt und dann eventuell die Logistik schwieriger wird und die Versorgung schwieriger wird, dass Wladimir Putin dann irgendwann Kramatorsk einnehmen kann und dass dann letztendlich der Donbass an Russland fällt. Und das ist etwas, was Wladimir Putin durchaus schon als Sieg verkaufen könnte an die russische Bevölkerung. Dann könnte er da ab diesem Punkt auf Waffenstillstand plädieren und letztendlich einen eingefrorenen Konflikt erschaffen, so wie wir ihn seit 2014 hatten. Was das für die Zukunft bedeutet, ist eine ganz andere Frage. Möglicherweise ist das dann ein temporärer Waffenstillstand, der so lange anhält, bis Russland sich wieder stark genug fühlt, um weiter vorzurücken. Oder Sie gliedern die eroberten Gebiete in Russland ein. Das sind jetzt alles erstmal Spekulationen. Aber das ist erstmal das, was wahrscheinlich ist, dass Wladimir Putin zumindest den Donbass erobern möchte. Und solange es so aussieht, als könnte er das schaffen, da ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er sagen würde, hey, ich höre auf, obwohl ich gerade aus meiner Sicht am Gewinnen bin und lasse mich jetzt drauf ein, irgendeinen Waffenstillstand einzugehen, der mir persönlich gerade nichts bringt. Aber hey, ich möchte ja auch Frieden. Das ist nicht der Fall. Und dazu kommt, dass wir im November die Wahlen in den USA haben zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Und von diesen Wahlen kann auch viel abhängen. Es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, wenn Donald Trump gewählt wird, dann beendet er den Krieg in der Ukraine oder stellt die Waffenhilfen an die Ukraine ein. Das kann ich mal in einem eigenen Video analysieren, was da Signale sind aus dem Trump-Lager, gerade vom ehemaligen Vertrauten von Donald Trump, die vielleicht wieder eine Rolle spielen könnten, wenn er Präsident wird. Aber so einfach ist es nicht. Wie dem auch sei, Wladimir Putin tut gut daran, gerade aus seiner Sicht darauf zu warten, was die Amerikaner machen werden und wie die Wahlen ausgehen und was im Nachhinein passieren wird, ob es zu Instabilitäten in den USA kommt, ob die USA geschwächt sein könnten. Und das würde er natürlich ausnutzen. Es ist an dieser Stelle vielleicht ganz interessant, auf das Jahr 2022 zu schauen. Da gab es nämlich Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, und zwar in Istanbul. Und diese Verhandlungen, darüber werde ich vielleicht mal ein eigenes Video machen oder sie als Teil eines großen Videos über russische Fake News mal behandeln. Auf jeden Fall werden diese Friedensverhandlungen oft in der Propaganda immer mal wieder genannt, als Narrative, dass es ja eigentlich schon ein Friedensabkommen gab, ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der Ukraine und Russland, aber der Westen das verhindert hat. Völliger Blödsinn. Das ist absoluter Unsinn. Es gab Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, aber es gab nie ein Abkommen, das irgendwie fertig wäre, unterschrieben zu werden. Und das liegt hauptsächlich daran, was Russland damals gefordert hat. Unter anderem hat die russische Seite gefordert, dass die Ukraine ihr Militär abschafft. Bis auf 85.000 Soldaten. Zum Vergleich, heute haben die Ukrainer wohl etwa um die eine Million Menschen unter Waffen, um sich gegen Russland zu verteidigen. Die Russen haben gefordert während dieses Krieges, dass die Ukraine ihre Armee abschafft, bis auf 85.000 Soldaten. Damit hätte die Ukraine weniger Soldaten als die große Militärmacht Nepal. Russland hat also gefordert, dass während dieses Krieges die Ukraine, die gerade von Russland angegriffen wird, ihre Armee fast abschafft und damit quasi auf dem Präsentierteller da liegt. Entmilitarisiert ist weitestgehend. Und dass die Ukraine da nicht zugesagt hat, das erklärt sich natürlich von selbst, weil dann wäre sie komplett schutzlos ausgeliefert, allem, was Russland wohl als nächstes tun wollte. Und das erzähle ich jetzt nur so, um zu verdeutlichen, dass Verhandlungen nicht immer auf Augenhöhe stattfinden und dass es etwas anderes ist, ob man zu einem Kompromiss kommt, mit dem beide Seiten leben können, oder ob die eine Seite schlichtweg fordert, dass die andere Seite kapituliert. Und solange die angreifende Seite, Wladimir Putin als Diktator von Russland, solange diese Seite im Vorteil ist aus der eigenen Sicht und das Gefühl hat, dass die Zeit für sie spielt und dass sie am Gewinnen ist, da gibt es, wenn wir ehrlich zu uns sind, kein Grund für diese Seite wirklich auf Waffenstillstand zu plädieren oder irgendwie ein Friedensabkommen zu unterzeichnen. Nochmal, die Todeszahlen von irgendwelchen ausländischen Söldnern oder russischen Soldaten, die sich freiwillig verpflichtet haben, gerade aus den Randbezirken von den ethnischen Minderheiten in Russland, das interessiert Wladimir Putin relativ wenig. Deswegen gibt es wenig, was gerade dafür sprechen würde, dass Wladimir Putin wirklich ein Interesse daran hat, diesen Krieg, so wie er gerade steht, zu beenden, bevor er das bekommen hat, was er möchte. Es gibt dazu einen sehr klugen Satz, nämlich, die Politik bestimmt nicht die Realität auf dem Schlachtfeld, sondern die Realität auf dem Schlachtfeld bestimmt die Politik. Und das ist leider etwas, was gerade relativ gut zutrifft. Ich habe es in Videos in der Vergangenheit schon mehrmals gesagt, ich glaube, dass es irgendwann zu Verhandlungen kommen wird, vielleicht 2025. Und ich bin mir relativ sicher, dass beide Seiten diese Möglichkeit auch sehr stark in Betracht ziehen. Präsident Zelensky hat ja schon gesagt, dass er bei seinem zweiten Friedensgipfel im November 2024 Russland dabei haben möchte. Es gibt also schon deutliche Anzeichen, dass es in diese Richtung geht. Aber das darf man nicht verwechseln mit diesen unfassbar naiven Forderungen, dass Waffenhilfe für die Ukraine eingestellt werden sollte, um die Ukraine zu Verhandlungen zu bewegen. Das ist sowas von naiv, dass es mir schwerfällt, das jetzt wirklich überhaupt ernst zu nehmen. Wenn ein Land angegriffen wird von einem Diktator und man dann sagt, hey, wir stellen die Unterstützung für dieses Land ein, sorgen dafür, dass dieses Land sich nicht mehr verteidigen kann und erwarten, dass das den Diktator dazu bewegt, seinen Angriffskrieg zu stoppen. Huff, da gibt es viele Wörter für, aber intelligent und zurechnungsfähig sind nicht zwei davon. Das ist nämlich diese Naivität der Forderung zu glauben, dass Wladimir Putin einfach nur, weil er Krieg verabscheut, sagen würde, ja, wir hören auf, wenn die Ukraine keine Waffen mehr bekommt. Beide Seiten, Ukraine wie Russen, versuchen gerade, und da bin ich überzeugt von, sich gerade in eine möglichst starke Position zu bringen für mögliche Verhandlungen vielleicht im nächsten Jahr. Für Russland wäre das natürlich idealerweise den Donbass einnehmen. Dann kann man irgendwelche kleinen, vielleicht unwichtigen Gebiete gegen die von der Ukraine besetzten Teile von Kursk eintauschen. Für die Ukrainer wäre das natürlich nicht wirklich erstrebenswert, dass sie den kompletten Donbass mit Städten wie Kramatorsk verlieren. Deswegen werden sie versuchen, das einigermaßen zu halten und eventuell die Region um Kursk als Tauschpfand für andere Städte einzusetzen. Wir wissen es schlichtweg noch nicht, wie das aussehen würde. Aber momentan ist die Realität, dass beide Seiten versuchen, sich gut zu positionieren für eventuelle Verhandlungen, die irgendwann kommen. Und das ist ja der Sinn aus westlicher Sicht von weiteren Waffenlieferungen und von weiterer Unterstützung für die Ukraine, dass sie eben stark dasteht und dass sie nicht eine de facto Kapitulation eingehen muss von Gnaden von Wladimir Putin, sondern dass sie möglichst auf Augenhöhe verhandeln kann. Sodass vielleicht irgendeine Lösung gefunden werden kann, mit der beide Seiten zumindest temporär leben können. Ob das jetzt eine dauerhafte Lösung für den Frieden ist, ich wage es zu bezweifeln. Momentan sehe ich da kein großes Szenario. Weder die eine Seite noch die andere Seite wird ihre Maximalforderung auf dem Schlachtfeld durchsetzen können. Deswegen bleibt es abzusehen, was das Jahr 2025 bringt. Die Aussage, dass Kriege ausschließlich am Verhandlungstisch gewonnen werden, die ist, wenn wir in die Geschichte schauen, leider falsch. Nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen das realistischste Szenario für die Ukraine. Und zur Ausgangsfrage, ob jetzt der Zeitpunkt ist, um mit Wladimir Putin zu verhandeln. Das hängt im Prinzip von einer einzigen Person ab, nämlich von Wladimir Putin. Ob da wirklich Verhandlungsbereitschaft da ist oder ob es nur etwas ist, was er als Finte macht, um eventuell sogar die westliche Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. Denn ich kann mich nur wiederholen. Momentan sieht es nicht so aus, als gäbe es für Wladimir Putin irgendeinen Grund, sich auf Waffenstillstand einzulassen. So etwas passiert dann, wenn beide Seiten der Meinung sind, dass sie militärisch auf dem Schlachtfeld nicht das erreichen können, was sie erreichen wollen. Wenn beide Seiten nicht mehr glauben, dass sie den Krieg gewinnen können. Und das wird sehr wahrscheinlich das Szenario sein, dass der Westen anstrebt, dass Russland irgendwann so weit ist, dass sie einsehen, dass sie den Krieg nicht gewinnen können. So, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eure Meinung mit mir teilt und in den Kommentaren schreibt, wie ihr die ganze Sache seht. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo dalasst, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Und wenn ihr vielleicht Ideen habt für Themen, die euch mal interessieren würden, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.